Ich habe euch vor einer Woche, anderthalb Wochen, kurz in einem Video Octoron Rift und Anata vorgestellt. Dieses Video ist ein Follow-up zu Octoron Rift. In letzter Zeit bin ich öfters in deren Discord herumgehangen, habe mir die AMA-Session angehört und habe mir jetzt dieses Wochenende eine weitere AMA angesehen, wo diese beiden Gründer zeigen, wie sie ihre 3D-Modelle erstellen, mit was für Hintergedanken, also wie sie an diese ganze Sache herangehen. Und das empfinde ich als so spannend, dass ich es euch nicht vorenthalten möchte. Doch dazu gleich mehr. So, da ist er wieder und in diesem Fall natürlich der Disclaimer. Das, was ihr von mir hört, dient zu eurer Information und stellt in keinster Weise eine Anlageberatung oder eine Kaufempfehlung dar. So, jetzt aber die grosse Frage, warum ist denn das jetzt so spannend, was da bei Octoron Rift abgeht? Ich habe im letzten Video schon erwähnt, dass diese beiden Gründer 3D-Modellierer sind und Animationsexperten, die für diverse grosse Filme und Serien gearbeitet haben, also wirklich absolut Ahnung haben von dem, was sie da tun. Wir sehen hier auf meinem Desktop ist die Webseite von Octoron Rift. Hier ist das Team, der Nick Gohl und das heisst Kachan und nicht so wie ich im ersten Video das auf Spanisch mit Kajun interpretiert habe. Also, Kachan oder Kasch, das ist das, um was es geht. Hier nochmal ganz kurz ein Überblick. Also, wir sehen jetzt, die sind gedoxt, man weiss, wer das ist. Wir sehen hier bei der Filmography, also das ist Game of Thrones, Elliot der Drache, Der Hobbit, Planet der Affen, Avatar und, 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 und. Okay, also das heisst, diese Jungs haben echt Ahnung von dem, was sie tun. Doch um das geht es mir jetzt eigentlich weniger. Das könnt ihr euch auf der Webseite gerne selber anschauen. Sondern, was mich jetzt in dieser Zeit, wo ich so ein bisschen auf Octoron Rift Discord herumgehangen bin, ist die Herangehensweise an diese ganze Nummer. Zum einen ging es natürlich darum, dass man quasi auf die Rift List kommt. Also, das ist im Prinzip die White List, wo man einen Gratis Mint, also Plus Gas, für die Genesis Collection hat. Das sind 888 NFTs und dann zusätzlich auch die Berechtigung zum Minten der eigentlichen Collection, die dann 8888 NFTs umfasst. Jetzt ist natürlich die grosse Frage, wie komme ich auf Discord? Der wird immer mal wieder geöffnet. Und da hat sich schon einiges getan, seit wir das letzte Mal hier waren. Aber wir reden momentan immer noch von knapp 1,3, also 1300 Menschen, die momentan auf diesem Discord sind. Davon sind 222 OGs Genesis und 444 Octoron OGs. Und ihr seht, das ist die Rift List. Also 888 Plätze gibt es, 295 Plätze sind momentan vergeben. Jetzt die grosse Frage, wie kommt man an so eine Rift List? Und da hat es letzte Woche und jetzt auch am Wochenende, hat es zwei Rätsel gegeben, die ich persönlich ziemlich cool fand. Das war das erste, also das war dann ein Dev-Update. Da musste man irgendwas suchen und da musste man ein bisschen sich hineinfuchsen in Verschlüsselungstechnik. Und das zweite war ein weiteres Rätsel bezogen auf das Wiki von Octoron Rift. Also das heisst, da musste man zuerst mal sich Gedanken darüber machen, was sind kanonische Namen, wie werden die eingesetzt und so weiter und so fort. Grundsätzlich fand ich das sehr amüsant und ich durfte auch etwas lernen dabei. Das ist mal die eine Sache. Die andere Sache, die ich extrem spannend finde, und da werde ich euch die Arma und die erste Arma und jetzt die aktuelle Arma-Sculpting werde ich euch unten verlinken, da ihr unter Umständen nicht auf Discord kommt zurzeit. Aber ich habe die Erlaubnis, diese Links unten an mein Video anzuhängen. Und jetzt eine Hauptaussage, die während der ersten Arma von den Gründern getroffen wurde, hat mich doch ziemlich fasziniert. Und zwar haben sie gesagt, es ist das Problem des Teams, dass die Community-Mitglieder eben an Rätseln oder an Aufgaben teilnehmen und so eine Rift-List gewinnen können. Also es ist hier ganz wichtig zu verstehen, Normalerweise ist es ja so, ihr macht ein Meme, ihr macht so wie ich zwischendurch mal ein Video oder ihr macht, keine Ahnung, Fanart. Also ihr malt irgendetwas und postet das dann und kriegt dann vielleicht einen Ritelist-Spot. Also das heisst, im Normalfall ist es so, die Community muss zuerst mal liefern, um dann als Belohnung unter Umständen einen Whitelist-Spot zu erhalten. Die Herangehensweise von Octoron Rift ist eigentlich umgekehrt, weil sie fühlen sich dafür verantwortlich, dass die Mitglieder motiviert sind, an solchen Dingen teilzuhaben. Also die Verantwortung, auf eine Whitelist zu kommen, liegt bei Octoron Rift nicht bei der Community, dass die selber etwas tun, sondern die Verantwortung liegt ganz klar beim Team, dass es die Aufgabe des Teams ist, die Mitglieder zu animieren, mitzunehmen, sie zu begeistern. Und dieser Ansatz, muss ich ganz ehrlich sagen, den finde ich sensationell und den habe ich in der Form auch noch bei keinem anderen NFT-Projekt gesehen. Also das ist mal der erste Punkt, der mich persönlich, muss ich zugeben, doch ziemlich begeistert an Octoron Rift. Dann das zweite, wie gesagt, den Link werde ich unten reingeben in die Beschreibungen. Es hat in den letzten, keine Ahnung, am Wochenende, muss das irgendwann gewesen sein, gab es im Prinzip eine übereinstündige Präsentation, wie diese beiden Herren diese 3D-Modelle erschaffen, auf was sie schauen, was für Hintergedanken sie dabei haben. Also sie geben wirklich extrem tiefe Einblicke in ihre Arbeitsweise, wie sie denken und wie sich diese Dinge dann entwickeln. Also alles in allem, muss ich wirklich sagen, bin ich echt begeistert von diesem ganzen Team, also auch von den Mods und auch von den ganzen Menschen und Community-Mitgliedern, die sich da auf Discord tummeln. Das finde ich persönlich eine wirklich tolle Geschichte und halt eben ein etwas differenzierter Ansatz zu den Ansätzen, die andere NFT-Projekte im Normalfall verwenden. Doch nun genug der Lobhudelei. Wenn es euch interessiert, lade ich euch natürlich herzlich ein, euch das anzuschauen. Folgt ihnen auf Twitter, damit ihr mitkriegt, wann der Discord für die nächste Welle geöffnet wird. Schaut euch die Webseite an. Wie gesagt, ich habe die Erlaubnis, die AMA und diese Sculpting-Session unten zu verlinken. Wenn es euch interessiert, schaut es euch an. Ich kann nur sagen, ich selber fand es extrem spannend. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns und tschüss euch.